Ja, Hallihallo, Hallöche meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück in BigBag. Wir sind mal wieder in BigBag, was mich sehr freut war. Hat man letzte Freude? Ne. Ah, ist ja auch egal. Circa eine Minute zuvor. Ich hoffe sehr, das hat man gehört. Gehört. So. Ähm. 0,1.0,5. 0,5. Ähm. 206,16. Und done. Und done. So. 18 Uhr. Regnerisch, Profi. Digital, OPTA. Ja, ja, ja. Gut. Ähm. Und 1, 2, 3. Start. Start. Start, start, start. Start. 1, 2, 3. Dach ab. Ja, Dach ab. Dach ab. Okay. 3, 2, 1. Und. Ja, nee. Scheiße. Weg damit. Ja. Und jetzt weiter im Text. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ja. Es brennt. Feuer 2. Sehr schön. Es regnet und es brennt. Gut, ich weiß nicht, was ich eben gerade sagen wollte, aber ist ja auch egal, ne? Wir rücken jetzt erstmal aus dem Feuerchen. Na, mit Sirene? Ne, ohne Sirene. Feuer 2. Was könnte das sein? Ein Dixi. Mal sehen, was er uns erzählt. Mal sehen, was er uns erzählt. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, was er uns erzählt. Ja, Feuer 1. Einsatzbeischzug 1. Feuerwegberg. Brennt ein Anhänger an der L126. Wegberg-Abeck. Feuer 1. Feuer 1. Es brennt ein Anhänger. Okay. Wer den wohl angesteckt hat? Das ist hier die Frage. So, meine lieben Menschen. Wo bleibt ihr? Äh. Davon ist keiner unterwegs zu mir. Ah, da kommt einer angerannt. Da ist einer. Ähm. Da kommt einer angerannt. Da kommt einer. Ist der aus dem Auto? Genau. Da kommt noch einer angerannt. Da kommt noch einer. Ach, ja. Gut. Es kommen ein paar. Das ist doch schon mal sehr schön. Sehr schön. Ach. Morgen ist schon wieder Montag. Nee, stimmt gar nicht. Wenn ihr das Video guckt, ist der Montag schon vorbei. Yeah. Alter. Ich wünschte, ich könnte jetzt Zeit reisen. Zack. Montagabend. Ja. 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 Was für eine Überraschung. Das ist bestimmt schon Montag. Karte wie drei. Karte wie drei. Ich bin ein blaues Ei. Oh Gott. Was lache ich hier? Ich darfst keinem erzählen hier. Ist das wirklich keinem erzählen? So, raus mit euch. Sonst stinkt dir die Halle voll. Haben die keine Absauganlage hier? Oder ist die bloß nicht... Ja, das kann man, glaube ich, schlecht darstellen. Eine Absauganlage, oder? Hier im Emergency 4 zumindest, oder? Ich weiß es nicht. So, wie viele sind wir? Sechs. Sehr geil. Wir arbeiten als Staffelkameraden. Oder kommt denn noch wer? Ist hier noch wer? Ist hier noch wer? Gut, meine Freunde. Wir arbeiten als Staffel. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Aber dann ist es bloß was Kleines. 9 zu 5. Das gefällt mir nicht. Naja, Tages, Einsatzbereitschaft und so weiter und so fort. Toll, die beiden umsonst hier fertig gemacht. Und ich habe jetzt voll gedacht, da kommen so tausend Menschen und so. Aber nee, nee, da hat sich das Spiel gedacht. Nee, Anton, du Sechsreichende. Du kommst auch mit sechs klar, weißt? Und nachher brennt da die halbe Stadt. Und ich muss mit sechs Mann klarkommen. Und einer davon ist ja Gruppenführer, der bloß rumsteht. Ah, Mist. Ach, ja, ach, ja, ach, ja. Ich freue mich ja, wie verrückt auf den Release, den Release von Notruf 112, liebe Freunde. Ja. Notruf 112. Wollt ihr jeden Tag ein Notruf 112 Video? Weil ich spiele es sowieso, kann ich auch gleich aufnehmen, ne? Theoretisch? Moment, an. An. Logisch. 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 Ja, ich würde sagen, Verteiler hier. HALF hier. Wasserversorgung ist dort, perfekt. Ein Rohr hier rum, ein Rohr da rum. Zwei Rohre werden vorgenommen, würde ich jetzt so mal vorschlagen. Ja, verstanden. Damit wir das hier abschotten können. Damit wir da wenigstens nicht die Kettenwege vorne nehmen. Wir sind 21, HALF 20, wir sind aus 1 zu 7, kommen. Ah, die kommen auch, das ist gut. Aber glaube ich, brauche ich gar nicht, oder? Sie können sich hier in Bereitstellung hinstellen. 1 zu 6, Alter. Ich habe vorhin gar nicht richtig zugehört. War das, ähm... War das, dass die gesagt haben, dass die Löschgruppe damit rausfliegt? Der Löschzug 2 ist jetzt, glaube ich, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, liebe Leute. Wo bleibt er denn hier? Da kommen sie. Pa, pü, pa, 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 pü, pa, pa. Als erstes wird der Verteiler gesetzt. Hier ungefähr. Schneller. Status 4. Status 5. Ja, wie nenne ich das? Keine Ahnung. Weg da. Absetzen. Pumpe starten. Strahlrohr. Wieder rein da. Strahlrohr. Strahlrohr. Brennt, brennt. Brennt, brennt. Imbisswagen. Rufmeldung von der Anlassstelle. Brennender Imbisswagen mit Anselmeldung von Strahle. Erst verstanden. Umliegendes Grünwerk gefährdet. Weitere Rufmeldung vollkommen. Das ist ja noch nie. Kommen. Weg da. Wollen wir schon mal das Standrohr holen oder was? So ein Wegwerk 11 HLS20 von Leutsche Wigwerk Heinzberg kommen. Wegwerk 11 HLS20. Ja, ihr Fuchsmaßort ist hier nicht durchgekommen. Gehen wir nochmal durch. 1 zu 7. Perfekt. Die Frage, brauche ich die oder reichen mir die zwei Rohre? Ich glaube, mir werden die zwei Rohre nicht reichen. Daher baut ihr meinetwegen von mir aus gerne nochmal einen, genau, erstmal Status 4. Fahrt mal noch ein Stück dichter. Absitzen. Dreirohr. Dreirohr. Pumpe starten. Aufsitzen. Teile. Schlauch. Flöscharbeiten möglich, Windfahrt wird durch. Jetzt kommt das Kaffee. Dann kommt das Kaffee. Ja, es ist laut. Ja, es ist so wunderschön laut hier. Ja. Ich würde das auf die andere Seite. Ja, ja, jucki, jucki. Yay. Es ist so wunderschön. Warte mal, ich habe halt schon ein paar. Okay, die kann ich auch schon wieder weghalten. Hallo, ich habe auch die andere Seite. Ich bin ein bisschen noch da. Kannst du noch ein Stück weiter hier kommen? Ja. Hm, ich bin schon wieder. Das ist so wunderschön. Ich bin schon wieder weggekackt. Ich bin schon wieder weggekackt. Immer diese Schaulustigen, Alter. Kann ich die Pol rufen? Ich will mal einmal die Polizei hier wegen dem Schaulustigen. Ich bin schon wieder weggekackt. Also hier benötigen einmal die Polizei rein. Und ich schalue mich gleich über meine peuple haben. Ja. So, zählt das alles unter Kontrolle, es weitet sich ja nicht weiter aus, ne? So, hat der Abnobel, hat der nicht, ja. Ich glaube, ich kann nicht mit der Polizei überhaupt was machen, das weiß ich gar nicht. Ach, ja, ja, ja. Pol? Oder kommt die auch von der anderen Seite, ich weiß es gar nicht. Ich hätte ja gerne mal die Schaulustigen weg, das wäre ganz nett. Kann das nicht auf der Gruppenführer, ich weiß es gar nicht. Äh, steigt mal auf wie der Gruppenführer. War das nicht so, dass er auch was kann? Ne. Kann's nicht. Puh. Geil. Der Gruppenführer kann nichts. Und ich, alles auf die Seite hier. Leidenschaft, ich hab ich das mal zurückverstanden. Damit wir das halt jetzt zurückbringen können, dass wir es dort da abbrennen, halt im Beispiele. Leidenschaft, ein Crewballer. So. Ja, mal was halt geht hier so. Schick. Ja. Wundervoll, wundervoll. I'm literally Paul. Polizei, Polizei. Polizei. Das sah gerade aus, als wäre das hier total uneben. Polizei, Polizei. Polizei? 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 Keine Pol. Okay, du bist fertig. Schreirrohr kann sich hier auch noch einmal fertig machen? Eigentlich nicht. Ne. Atemschutz. Erfolgreich mit Hohlstreirrohr ausgerüstet. Ah, so intelligent, dass das erste Rollen mal am linken angeschlossen wird, ist das Spiel dann doch nicht. Pol? Ne. Ja, auch noch keine Pol. Kann man das schon als unter Kontrolle sein? Verhalten, hier ist ohne Sonderrechte Anfahrt. Herzlich nicht vor Ort, wo das nicht, wo sie zu benötigen, sagt Verhalten, Anfahrt. Verstanden. Schaulustigen Ida. Wo bleibt denn diese Polizei? Kann man noch nachfragen, wo, wo die Pol bleibt? Soll man nachfragen, wo die Pol bleibt? Wegberg 11, ALF 20, von Leischtelkart 1. Hm. Wir benötigen einmal die Polizei in der Einsatzstelle. Wir lauten die Karte, in der Zeit wahrscheinlich. Du hast jetzt alles hier mit gemeinsamer Power. Nehm ich das hier mal in die Hand. Hier gibt es scheinbar keine Pol. Hier gibt es scheinbar keine Pol. Der kann nicht brennen, oder was ich gesagt? Hehe. Fünf Männer löschen da auf eins. Aber Polizei scheint es hier nicht zu geben. Ich will hier Polizei haben. Hallo, Polizei? Polizei? Nix da, Polizei. Polizei, nix da. Ja, liebe Leute, das... Irgendwie bedrückt mich das gerade etwas. Ich weiß echt nicht, was ich euch erzählen soll. Ich habe das sonst immer so zu erzählen, aber heute... Ich glaube, ich hatte das schon mal, ne? Was ich nicht wusste, was ich erzählen soll. Ich muss mir... Schreibt mir mal Themen in die Kommentare, über die ich quatschen soll. Weil dann habe ich auch was zu tun, wäre irgendwie gelöscht. Weil sonst komme ich hier genug genug vor. Also, sonst komme ich meine Stimmen nur genug vor, weiß ich. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam... Polizei? Keine Polizei. Polizei! Polizei! Ich will nicht diese Scheiß-Polio-Farben... Mann, also... Mann, komm schon, ich brauch dich. Brauch dich, lieber nette Polizei. Komm mal hier, ich mach mal hier ein bisschen. Highspeed löschen. Highspeed löschen. Weil dann ist das hier alles ein wenig besser, äh, zu ertragen. Ah! Die Polizei! Die Polizei! Was ist hier? Komm ran hier. Abschiffen. Was, bloß einer? Ah ne, ich wollte gerade sagen. Ich kann doch hier... Ja, perfekt. Kann ich machen. Nö. Jetzt hier, das vergisst... Das vergesst mal. Gibt's nicht. Hm. Hä? Arschlöcher! Bleibt hier! Ey! Ey! Nein! Kann ich die festnehmen? Ne. Warenweste. Warenweste. Zieh dir mal eine Warenweste an. Auf den Weg. Ausrüsten nicht möglich, minus. Eins, zwei, drei, Polizei. Ich glaub... Auf den Weg. Ich glaub, die Folge wird heißen so, ich hab Spaß mit der Polizei oder so. Glaub ich. Hallo? Komm mal ab. Kannst du die jetzt aufnehmen? Danke. Ablegen. Ablegen. Du holst hier dit. Auf den Weg. Noch ein Schäden? Ja. Cool, jetzt hat er eine Warenweste an. Was jetzt? Vollabsicherung. So, der ist nicht Kiegel. Kiegel ist... Cool. Weg damit! Weg damit! Auf ihn! Noch unter dem Weg. Zack. 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 Zack! Zack! Zack. Zack! Zack! Zack. Duda, Duda, aufheben hab ich gesagt, Duda, minus das, Duda, minus das, äh, Duda, das, Duda, das, Duda, das, ähm, Duda, das, und Duda, das, Duda, nee, Duda, Pumpe aus, um Duda Gerätebäume zu schließen, Duda, nee, noch mal, Duda, so, 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 bis nach da, ah, nee, brauchst gar nicht, das, doch, brauchst du nicht, so, 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 minus, jetzt, zweitkant einsteigen, Lispelkurs ist angesagt, so, äh, zurücklegen und aufheben und dann kannst du auch gleich schon die Geräteräume schließen, weh, du machst jetzt ein neues Geräteraum auf, nein, machst du nicht, das ist brav, so, Irgendwie, äh, ja, Polizei, cool, Verkehr umleiten, gar nicht, aber müsste man öfter mal eins rufen, ne, Status 1, parken, kannst ja hier schon mal, Status 5, nee, nicht Pumpe starten, Pumpe aus, Rolladen runter, die Rolladen, lass mir die Rolladen runter, Einsatzabschlussmeldung, Abschließende Lagemeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Einsatzsteller an den Eigentum übergeben, alle einsetzen Kräfte gut zu sein. Ja, ich konnte sie nicht aufnehmen, wiederhol sie einmal. Abschließende Lagemeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Ja, konnte ich nicht aufnehmen, verstanden. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, häh, hup, Kann ich jetzt hier, hup, Bistet da was? Was sieht das? Geht das? Das wär ja cool, so, Vollstatus 0, Röntrass, Nicht möglich, Fahrzeug nicht, Ja, ich bin aber, oh, scheiße, Schade, die Pole, die Pole ist voll nutzlos hier, Nein, komm zurück, komm zurück, Ich hab Spars mit der Poli-Sai, Spars mit der Poli-Sai, parken, So, schneller hier, ich will Feierabend haben hier, ist schon spät, Genau zu sein, Viertel vor 10, So, meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen angenehmen Montagabend, Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche, Ich, äh, in die kurze Woche, stimmt, Donnerstag ist ja hier ein Tag, Gut, ich wollte euch noch daran erinnern, wenn ihr jetzt noch zuschaut, Freitag über den Tag werde ich wahrscheinlich einen Spontan- Äh, Spontan-Stream machen, jetzt ist es kein Spontan-Stream mehr, Weil ich ihn angekündigt habe, aber okay, Meine lieben Freunde, auf Wiedersehen, Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, egal bei was, Bis Danny und Tschüss!